Carl und Jan ein bisschen in Kontakt sind. Marie ist hinten an dem Fenster des Kartons. Sie rüttelt am Karton und Carl dreht sich um und wendet sich Marie zu. Das heißt, er nimmt diese Initiative wahr und antwortet drauf. Marie hat es auch wahrgenommen und man sieht hier, sie nimmt den Kontakt auf. Erst war ihr Gesicht zögerlich, jetzt ist sie aber etwas forsch im Kontakt und erwidert es in einer für Carl unpassende Weise. Carl zieht sich zurück. Das heißt, er nimmt sich zurück, er schützt sich selber, er gibt sich aus der Gefahr. Was für Marie bedeutet, sie hält erst mal inne. Das heißt, sie hat schon die Fähigkeiten, sich auch jetzt hier zu regulieren, zurückzunehmen und zu gucken, was passiert bei meinem Gegenüber. Und dann geht's aber auch weiter. Wir sehen uns da. Vielen Dank.